Ähm, hallo? Ah, kann man... Nein! Wie immer, kann man hier was belauschen? Ah, da kommen also die... Ähm, arbeiten die im Takt von dem... Tja, ich bin nicht hau. Ich höre, was die Leute sagen. Was? Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? 16! Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde? Die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kocht dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals! Ja, also Frauen sollte man schon haben. Damit die Stadt überhaupt noch weiter existieren kann, du Vollidiot. Die dürre Göre hat sich hier rumgetrieben. Wollte weg von hier. Sollte mal was essen. Ah, da müssen wir lang, okay. Ich hasse den Kerl jetzt schon. Obwohl, ich kann ihn nicht irgendwie erschießen oder so. Ähm. Da kommt man noch rein. Ich würde ihn so gerne erschießen, den Polizisten. Aber ich glaube, dann bricht hier die Hölle los. Was? Okay, was haben wir hier? Ja, komm. Na, komm. Ich hab doch alles gemacht. Ich hab doch nur... Hat doch nur ein bisschen geklaut. Das ist doch noch okay, oder? Jetzt greifen uns schon die Arbeiter an. Also bitte, ich hab doch gar nichts gemacht. Zumindest nicht großartig. Jetzt haben wir wieder fast 300. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ist das jetzt auf unserer Seite oder nicht? Anscheinend nicht. Viel aushalten tun die ja jetzt nicht. Hier war irgendwo noch eine. Hä? Hä? Ach man, bin ich blöd. Das sind ja nur Ballons. Komisch, alle Arbeiter sind weg. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Jetzt kommt man da durch. Von der anderen Seite. Mal gucken. Hä? Ach, ich muss... Komm, das ist es wert. Was? Moment, ich war zu schnell weg. Also nochmal zurück. Lockpicks sind es immer wert, mitgenommen zu werden. Dann kriegt man eine Menge Kohle. Und wenn es halt ein bisschen länger dauert, dauert es halt ein bisschen länger. Oder ein bisschen viel länger. Ist ja auch nicht schlimm. Hier waren wir an sich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Hä, wo liegen? Ach. Hier müssen wir sowieso hin. Na, dann ist es ja eh egal. Glaube ich zumindest, dass wir hier hin müssen. Der Liegebefink ist also der Anzugträger. Aua. Was ist das? Schockjockey. Also wenn er jetzt schlau ist, geht er hin und nimmt sich einfach ein. Aber der sieht irgendwie aus wie Orlando... Ne. Wie heißt er? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm... Titanic. Ja, wisst ihr schon. Nur ein bisschen älter. Orlando Bloom war ja der verfluter Karibik. Ähm... Hä, wieso kann man die Kisten nicht looten? Hau bloß ab, du Dreizköhre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hey! Hey, jetzt, jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Ja, ich geh gleich weg, wenn ich... ...hier... ...alles schön gelootet hab. Leider ist halt nix zu looten da. Auch gut. Na, eigentlich nicht, aber... Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Nee! Du bist mein Business, verstehst du? Ich kann nicht! Ballons! Jetzt warte doch! Ich bin nicht sauer auf dich! Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab! Ähm... Oh oh! Oh verdammt! Ich werde nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ähm... Ähm... Es muss einen anderen Weg geben! Ähm... Und jetzt? Man nannte Slade ein Monster... ...und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es die vielen. Und ich empfinde Neid auf die... ...die unter seinem Banner starben. Diese verblendete... ...Art... ...der Menschen. Ich muss hier lang, ne? Ja! Hier gibt's endlich auch wieder was zu looten. Oh nein! Sniper? Wieso kriegen wir eine Sniper? Ist ein bisschen verdächtig, Leute. Wieso kann man das? Nee! Hallo? Ah! Ah! Haben wir sie jetzt? Nein Zack Zack Zack! Von der Bahn geschossen. Sag mal! Hallo? Aua! Woher? So, fünf Stück haben wir noch. Ja, ja! Hast du schon recht! Tod! Da! Da! Wo denn? Ich such euch ja, Jungs! Also, ich verstecke mich nicht! Wo denn? Ich sammle erstmal ein bisschen, Leute! Ach! Und nochmal! Haben wir ihn jetzt! Ich töte dich! Wer will mich jetzt noch töten? Mensch, Leute! So! Wer wollte mich denn jetzt töten, meine Herrschaften? Einer nach dem anderen! Ich kann mich auch nicht teilen! Da ist sie drin! Höchstwahrscheinlich! Deswegen gucke ich mich nochmal kurz um! So! Zum Beispiel bei denen hier! Oh! Die sind tot! Alter! Okay! Und bei dem 2 Chefer... 3 Junge, Ja! 幻in.